Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute wollen wir uns mal einem Angstgegner im Heimstudio stellen. Der Kompressor, das unbekannte Wesen. Der Kompressor ist neben dem Equalizer eins der wichtigsten Tools im Heimstudio, aber die wenigsten scheinen zu verstehen, was er macht oder wofür man ihn einsetzen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu denjenigen, die immer noch Respekt vor dem Thema Kompression haben, vor einem Kompressor und immer noch wieder dazulernen, jedes Mal, wenn ich ihn wieder einsetze. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal das Angstthema, was auch mich betrifft, einfach mal zum Thema im Recording-Blog hier heute bei Let's Play Studio One und mache einfach mal ein Video dazu. Und nicht nur ein Video, sondern ich mache mehrere Videos dazu. Das heißt, ich möchte eine kleine Reihe machen. EQ-Basics habe ich ja schon gemacht und jetzt sollen es Kompressor-Basics werden. Und im Rahmen dieser Kompressor-Basics werde ich euch erstmal die wichtigsten Parameter eines Kompressors erklären. Dann in der nächsten Folge wollen wir uns dann mal ein paar Soundbeispielen widmen und gucken, wie man einen Kompressor einstellen kann. Vielleicht auch ein paar Standard-Einstellungsmöglichkeiten schon mal mitgeben, die man so im Hinterkopf behalten kann. Und zu guter Letzt wollen wir dann in einer finalen Folge mal gucken, welche Plugins so Drittanbieter anbieten und was sie so können. Welche Regler die mitbringen oder auch nicht mitbringen und vor allem, wie sie klingen können. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und jetzt schauen wir erstmal rein in die Materie. Und ich habe hier explizit Studio One gewählt, weil Studio One hat einen recht guten Kompressor schon mitgeliefert. Den habe ich hier mal reingeladen und wir sehen hier, es sind eine ganze Menge Regler. Aber wir wollen uns heute erstmal mit den fünf wichtigsten Reglern auseinandersetzen, die im Prinzip jedes Kompressor-Plug-in einer DRW haben sollte. Und wenn ich sage einer DRW, dann meine ich auch Logic, Cubase, Ableton, Pro Tools und so weiter und so fort. Jede digitale Audio-Workstation bringt ja einen eigenen Kompressor mit. Und die fünf wichtigsten Einstellmethoden beschreiben im Prinzip auch den Arbeitsweg eines Kompressors. Das heißt, ein Kompressor ist ja, wenn man sich das vorstellen möchte, ein automatischer Lautstärkeregler. Er wurde irgendwann erfunden in den 60ern, ich glaube sogar von Bill Putnam von Universal Audio, damals schon Universal Audio, der Gründer von Universal Audio ist Bill Putnam. Und der hat damals gedacht, okay, wir brauchen einfach ein Gerät, was das Signal, wenn es zu laut wird, möglichst schnell einfach runterregelt, ein bisschen leiser macht und wenn es wieder leiser wird, ein kleines bisschen lauter macht. Deswegen kann ich am Ende dieser Folge auch klären, ob ein Kompressor ein Signal lauter macht oder leiser macht. Das ist nämlich eine Spezialfrage, die viel diskutiert wird. Macht der Kompressor ein Signal lauter oder leiser? Das schauen wir uns am Schluss mal an. Und dieser automatische Volumenregler, dieser automatische Lautstärkeregler wurde von Bill Putnam in ein Gerät gepackt und half dann im Studio mit, wenn man mal eben nicht schnell genug reagieren konnte, um ein zu lautes Signal einzufangen. Und das Ganze wurde natürlich weiterentwickelt über die Jahre, wurde erst in Hardware gegossen, mittlerweile in Software. Und diese fünf Parameter sollte im Prinzip jeder Standardkompressor haben. Wir gehen der Reihenfolge nach vor. Das Signal kommt also in den Kompressor rein. Und wir fangen an mit dem Threshold. Der Threshold definiert den Arbeitspunkt eines Kompressors. Das heißt, man sagt dem Kompressor im Prinzip mit dem Threshold, ab dem Level, wenn ein Signal lauter ist als das, was ich dir sage, da komprimierst du bitte das Signal und machst es leiser. Komprimieren heißt ja zusammenstauchen. Und der Threshold hier ist eingestellt, jetzt habe ich gerade ein bisschen dran gedreht, minus 13 dB wird hier auch durch diesen Punkt charakterisiert. Und ich gebe mal ein Signal rein und wir schauen mal, wie laut das Signal ist, was reinkommt. Achso, ich habe das extra leise gemacht, damit wir uns heute nur auf die Einstellparameter konzentrieren und nichts hören können, sondern einfach nur sehen, optisch sehen, was mit dem Signal passiert. Also, ich spiele mal was ab. Wir sehen hier diesen Punkt hüpfen. Der Punkt signalisiert im Prinzip das gleiche, wie hier links diese Anzeige, nämlich das Signal, was reinkommt. Wir haben jetzt hier eine relativ leise Akustikgitarre, die im Hintergrund läuft. Und das heißt, die schafft gar nicht den Arbeitspunkt hier oben, der ja gerade eingestellt ist. Das heißt, ich regle jetzt einfach mal den Threshold runter. Und schaut mal hier oben auf diese Pegelreduktionsanzeige. Die zeigt nämlich dann an, wie viel der Pegel nach Erreichen des Arbeitspunktes reduziert wird. Der Punkt, jetzt kreuze ich die Linie, wo das Signal ist und lebe den Arbeitspunkt immer weiter nach unten, bei minus 33 dB. Und dann sehen wir hier schon so hin und wieder Ausschläge. Das heißt, immer wenn das Signal über minus 33 dB laut wird, dann arbeitet der Kompressor. Das können wir jetzt hier noch ein bisschen leiser stellen. Stellen wir mal auf minus 36, dann sieht man auch wirklich hier oben, dass er deutlich arbeitet. Also immer wenn das Signal hier über den Arbeitspunkt hinausgeht, über den Threshold, dann komprimiert der Kompressor und dann macht er das, was er machen soll. Und wie viel dB oder in welchem Verhältnis reduziert er denn die Lautstärke? Ganz einfach, der nächste Regler ist nämlich der Ratio-Regler. Mit dem Ratio-Regler stellt man ein, wie viel das Signal, was oberhalb des Thresholds liegt. Also nicht das gesamte Signal, sondern nur das, was überhalb des Thresholds liegt. Das wird komprimiert. Sollte unser Signal also hier jetzt mal, sagen wir mal, um 4 Dezibel über den Threshold hinausschießen, dann stellen wir mit der Ratio ein, hier ist im Moment 4 zu 1 eingestellt, dass diese 4 dB im Verhältnis 4 zu 1 reduziert werden. Aus 4 Dezibel macht der Kompressor also 1 Dezibel. Und damit reduziert er an dieser Stelle um 3 dB die Lautstärke des Signals. Sollte das Signal um 5 dB drüber gehen, dann macht er halt daraus 1,25 und so weiter. Man kann das genau ausrechnen, wenn wir hier eine Ratio von 2 zu 1 einstellen, dann seht ihr, dass die Kompressionskurve, die hier jetzt angezeigt wird, dass die nicht ganz so steil ist. Das heißt, 2 zu 1 geht das Signal, 4 Dezibel über den Threshold hinaus, bleiben davon 2 Dezibel über. Wenn ich aber hier eine ganz starke Ratio einstelle, sagen wir mal 10 zu 1, dann werden aus 4 Dezibel, die drüber gehen, nur noch 0,4 Dezibel. Und übertreibe ich es dann noch mehr, stelle es auf 20 zu 1, wie ich es jetzt gemacht habe, dann seht ihr hier, die Kompressionskurve ist schon ganz flach geworden. Und aus 4 Dezibel dann werden nur noch 0,2 Dezibel. Das heißt, man kann im Prinzip schon davon reden, dass im Prinzip fast keine Lautstärke mehr oberhalb des Thresholds noch durchgelassen wird. Der Kompressor komprimiert also alles ganz stark zusammen, was oberhalb des Levels ist. Also, das Signal, was oberhalb des Thresholds liegt, wird um den Faktor, den die Ratio angibt, reduziert. Im Prinzip haben wir es damit schon. Die Arbeitsweise des Kompressors ist klar. Alles, was oberhalb des Pegels liegt, wird dann reduziert, um den Faktor, den die Ratio vorgibt. Jetzt gibt es aber zwei weitere Faktoren, nämlich die zeitlichen Faktoren. Und das sind einmal Attack und Release. Sollten im Prinzip auch bei jedem guten Kompressor zu finden sein. Es gibt Geräte, wo die fest eingestellt sind, fest verdrahtet sind. Vor allem Geräte, die irgendwelchen echten 19 Zoll Pendants, irgendwelchen vergleichbaren Geräten aus der Hardwarewelt nachempfunden sind. Aber hier bei diesen Softwaregeräten haben wir meistens auch diese beiden Einstellparameter. Was macht diese beiden Einstellparameter? Attack ist im Prinzip die Zeit, die verstreicht, bis der Kompressor reagiert. Das heißt, wir stellen uns vor, das Signal schießt über den Threshold hinaus. Und jetzt wartet der Kompressor genau die Zeit, die ich beim Attack einstelle, darauf, bis er anfängt zu komprimieren. In diesem Fall sind das jetzt hier eingestellt 4 Millisekunden. Geht das Signal also länger als 4 Millisekunden über den Threshold hinaus, fängt er an, im Verhältnis der Ratio das Signal zu komprimieren. Und das ist jetzt eine relativ normale Attack-Zeit. Ihr seht auch am Regler, dass der hier relativ in der Mitte steht. Bei 4 Millisekunden, das ist ja keine lange Zeit. Aber für Kompressoren scheint das eine ganz mittlere, passable Zeit zu sein. Denn hier kann man den Attack sowohl auf 0,1 Millisekunden stellen. Das heißt, der reagiert zack sofort. Das heißt, das Signal wird sofort komprimiert, sobald es über den Threshold hinausgeht. Und ihr seht auch hier an der Pegelreduktionsanzeige, dass der sehr, sehr zackig plötzlich reagiert. Jede kleinste Spitze, die hier über den Threshold hinausgeht, wird sofort reduziert. Und auf der anderen Seite kann man den Attack auch langsam einstellen. Das heißt, hier, ich stelle den mal auf volle Pulle. 400 Millisekunden ist das Maximum bei diesem Kompressor. Und ihr seht, dass im Prinzip das Signal quasi die ganze Zeit über den Threshold hinausgeht. Aber es dauert sehr lange, bis die Pegelreduktionsanzeige da oben sagt. Um genau zu sein, 400 Millisekunden, bis er meint, naja, jetzt kann ich es doch mal komprimieren, das Signal. 400 Millisekunden ist sehr, sehr lang. Das heißt, das ist ein Faktor, den man, ich weiß gar nicht, wann man den überhaupt einstellen würde. Ob man den vielleicht beim Mastern einstellen würde, aber ich glaube überhaupt nicht. 400 Millisekunden ist nicht, damit ist nicht zu arbeiten. Dann nehmen wir die Standard 4 Millisekunden hier wieder rein und damit haben wir eine Reaktionszeit vom Kompressor, die genügend schnell ist, um schnelle Pegelspitzen abzufangen, aber eben auch nicht zu zackig zu reagieren. Alle Einstellungen, die ich jetzt hier habe, sind natürlich extrem, um zu zeigen, dass auch wirklich was passiert beim Kompressor, wie sich das Ganze anfühlt. Wenn wir echtes Audiosignal anliegen haben, hören wir uns dann nächste Woche an. Aber wir kommen zum zweiten zeitlichen Faktor und das ist der Release. Wenn der Attack sagt, okay, nach 4 Millisekunden, wie ich es jetzt hier eingestellt habe, hast du zu reagieren, dann muss man sich vorstellen, dass der Release angibt, wie schnell der automatische Lautstärkeregler, der der Kompressor ja ist, wie schnell der wieder zurückfahren soll, nachdem er angefangen hat zu komprimieren. Will sagen, nach 4 Millisekunden fährt er den Lautstärkeregler runter, komprimiert das Signal und hier ist jetzt eingestellt nach 120 Millisekunden. Wenn das Signal 120 Millisekunden passiert hat, dann regelst du langsam wieder nach oben die Lautstärke und gleichst sie wieder an, es sei denn, der Pegel ist natürlich oberhalb des Thresholds. Und auch da kann man das Verhalten des Audiosignals sehr gut an der Pegelreduktion hier sehen, nämlich wenn ich den Release auf sehr zackig stelle, nämlich eine Millisekunde, nach jeder Reduktion eine Millisekunde später, gibt er die Lautstärke schon wieder auf das Normalmaß zurück. Dann seht ihr, dass hier die Reduktion unglaublich zackig reagiert. Das heißt, der Lautstärkeregler, der automatisierte Lautstärkeregler, den der Kompressor gibt, reagiert unglaublich schnell auf das Signal, was reinkommt, wie das klingt. Naja, es wird wahrscheinlich nicht ganz so charmant klingen, können wir uns nächste Woche mal anhören. Man kann aber auch das andere machen, indem man nämlich den Release sehr lang einstellt. Ich stelle ihn jetzt mal auf zwei Sekunden. Und dann sieht man wirklich, wie das Signal hier ganz langsam wieder auf Normalmaß zurückgefahren wird. Und immer wenn eine Pegelspitze kommt, jetzt nach vier Millisekunden, die dann wieder komprimiert wird, geht das Signal wieder runter und es dauert sehr, sehr lange, bis das wieder zurückgefahren ist. Im Idealfall schafft man es, das ist jetzt schon ein kleiner Praxistipp, schafft man es, die Releasezeit zum Beispiel bei einer Bassdrum so einzustellen, dass die im Takt groovt. Das heißt, wenn du einen Viervierteltakt hast und die Bassdrum kommt jeweils auf die Viertel, dann versucht man bei der Releasezeit es so einzustellen, dass der normale Pegel spätestens kurz vor der nächsten Bassdrum wieder erreicht ist. Beim Bass kann man das auch einstellen, dass man den Groove dadurch verstärkt. Aber das schauen wir uns dann nächste Woche mal an. Nur so viel halt dazu. Die Releasezeit stellt halt den Lautstärkeregler, den automatischen, den virtuellen automatischen, wieder zurück. Das heißt, wir haben von der Arbeitsweise her den Threshold, der den Arbeitspunkt angibt, ab dem der Kompressor arbeitet. Die Ratio, die einstellt, um wie viel das Signal oberhalb des Thresholds komprimiert wird. Die Attackzeit, die einstellt, wie schnell der Kompressor reagieren soll. Und die Releasezeit stellt ein, wie lange das Signal komprimiert bleibt, bevor die Lautstärke wieder nach oben auf Normalmaß gefahren wird. Vier Regler, sehr, sehr wichtig. Aber jetzt die Frage, macht der Kompressor lauter oder macht er leiser? Eigentlich macht er leiser. Er komprimiert das Signal, was oberhalb des Thresholds ist, macht es leiser. Sagen wir mal, vier Dezibel werden im Verhältnis 4 zu 1 komprimiert, bleibt von vier Dezibel noch ein Dezibel übrig. Das heißt, er reduziert die Lautstärke von 4 auf 1 dB, regelt 3 dB runter. Das heißt, das Signal wird erstmal an dieser Stelle 3 dB leiser. Aber es wird natürlich nur das Signal oberhalb des Thresholds leiser gemacht. Das heißt, die 3 dB, die komprimiert werden, die können wir mit dem fünften Regler, den wir hier noch nicht angesprochen haben, nämlich mit dem Gain, können wir damit wieder hochregeln. Das heißt, wir verlieren zwar 3 Dezibel, am Beispiel gerade jetzt, weil der Kompressor sie einfängt. Ich kann aber das gesamte Signal dann hier um 3 dB anheben und dadurch wird das gesamte Signal zwar in der Spitze um 3 dB abgesenkt, also leiser gemacht, aber der gesamte Lautstärkepegel des Signals wird um 3 dB angehoben. Das heißt, auch die leisen Passagen gewinnen um 3 dB und somit wird die gesamte Lautstärke des Signals lauter. Wir sagen, der Kompressor macht zwar leiser, aber nur, damit wir am Ende das Signal lauter machen können. Und das finde ich doch ziemlich super. Man kriegt einen sehr konstanten Pegel für ein Instrument. Vor allem bei dynamischen Instrumenten kann man dadurch eine ganze Menge abfangen und das Signal deutlich besser im Mix platzieren. Vor allem wirkt es statischer von der Lautstärke. Es verschwindet nicht zwischendurch mal, wenn ein Gitarrist zum Beispiel ein bisschen dynamischer spielt. So verschwindet das Signal nicht einfach im Mix, sondern der Kompressor macht halt die Lautstärke-Range des Instruments vielleicht ein kleines bisschen schmaler, indem er die Pegelspitzen anfängt, aber insgesamt wird das ganze Signal einfach konstanter. Tolles Gerät, so ein Kompressor. Und wie das klingt, schauen wir uns nächste Woche an. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch abonnieren magst. Das kostet nichts. Und du hast eine ganze Menge Informationen natürlich auch aus meinem Kanal. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dahin und bye bye. Und Yasu, natürlich, Yasu, nicht vergessen. Yasu.